Ja, richtig, ja. Ich werde das jetzt mal hier aufnehmen, mit Lingua und ohne Lingua, deinen nächsten Durchgang. Ich hatte dich jetzt gerade aufgenommen mit Lingua und deinen nächsten Durchgang werde ich ohne Lingua machen. Du wirst überrascht sein, was das Ding bringt. Ich kann alle ausrichten. Ich hatte immer die Möglichkeit, dass wir heute reichen gehen. Aber es wird einfach so, dass unsere Gäste das einstellen und dass wir in der Nähe, die dann in der Nähe, die dann in der Nähe, die dann in der Nähe und die Anwendung, die dann vorhin schon, dass man das Ding bringt. Ich glaube, wir haben noch mehr kamen, wir haben noch einen Schale.